Wir sind eine Patchwork-Familie. Wer erbt denn da was? Die Patchwork-Familie ist heute praktisch überall aktuell. Patchwork-Familien sind solche Familien, in denen man eine zweite oder dritte Ehe eingeht und aus der jeweils vorangegangenen Ehe ein oder zwei Kinder vielleicht da sind, sodass die Ehefrau zwei Kinder haben kann und der Ehemann. Bei dem Beispiel will ich jetzt mal bleiben. Ich habe schon zum Ausdruck gebracht, dass wir das Blutsverwandtenerbrecht haben. Wenn man also nichts regelt würde, wenn der Ehemann versterben würde, ohne dass eine testamentarische Regelung vorhanden ist, die Hälfte die Kinder bekommen, die andere Hälfte würde die Ehefrau bekommen. Würde dann die Ehefrau später versterben, erben die Kinder des vorverstorbenen Ehemanns nichts mehr, sondern dann würden die Kinder der Ehefrau dasjenige erben, was die Ehefrau vorher von ihrem Ehemann geerbt hat. Und das wollen viele gar nicht, weil manchmal ja auch bestimmte Vermögenswerte in der Familie bleiben sollen, so die Vorstellung. Deshalb muss man in einem solchen Fall, dass alle sehr genau bedenken, sich zusammensetzen, genau überlegen und dann genau den Fall klären, wie man es am besten macht, dass, wenn der Erste verstorben ist, der Ehegatte auch natürlich miterbt, dann die eigenen Kinder wieder erben, wenn der Ehegatte, der länger gelebt hat, nachversterbt. Das kann man alles regeln. Da gibt es Erbvertragsregelungen, da gibt es testamentarische Regelungen. Aber ganz wichtig ist, dass etwas geregelt wurde, weil es ansonsten tatsächlich oft anders läuft, als man es gewollt hat. Das zeigt die Praxis, das erlebe ich immer wieder. Im Übrigen ist es so, dass erbschaftsteuerrechtlich es völlig egal ist, ob sie an die Stiefkinder vererben oder an die eigenen Kinder. Das ist steuerlich gleichgestellt. Die Stiefkinder